viel schlechter wäre jetzt bei dir nett sein es ruckelt schon also im turm 1 bin ich eben gestorben da war bestimmt welche drin ja ich mache trotzdem eine begrüßung hallo und herzlich willkommen bei panel tv mit dabei ist wieder der jive und da bin ich sehr froh darüber weil alleine ist schon immer ein bisschen blöde und ich hatte mit jive letztens schon eine coole aktion mit king of the hill das hatte ich allerdings wohl nicht aufgenommen weil die frames sehr scheiße waren und jetzt nehmen wir auf jetzt wird es bestimmt nicht so toll das ist bestimmt doch ein haus wurde nicht hinten rum kannst ich hänge in der tür fest ich guck erstmal aus dem fenster aus rechts wird geschossen um könnten aber unsere sein wenn wir mit der frau aktivieren verdammt was ist eigentlich unser ziel wo wollen wir hin keine ahnung leute killen oder erstmal den turm sichern ich weiß es nicht ach dreck die premium waffen habe ich noch nicht gekauft oder dieses premium dlc oder einfach dass ich diese scheiß waffen aufnehmen kann das wäre nicht verkehrt letztens wollte es noch nicht machen ja jetzt habe ich definitiv wieder genug zeit zum zocken wenn du bestehst dass ich meine ja auch wer hat geschossen willst du wirklich da hoch beten ja bleib mal unten und woher habt ihr geschossen boah ist der blöd wo war der typ der war direkt hinter der treppe ich weiß nicht warum der mich nicht also hat mir den rücken geschossen der ist jetzt tot ja ich weiß nicht warum ich überlebt habe der war so blöd oder ich bin so am ich weiß nicht warum die schießen ich weiß nicht warum die schießen so durch irgend so eine kleine lücke über die treppe dass sie die nicht sehen kannst aber trotzdem durch darunter schießen ich lege hier unten beim treppenaufgang in einem bus trennen deshalb ich habe hier unten keine kontakte nix ne ne ist schon hier oben ist schon klar aber ja aber schießt die schießt ihr raus aus dem turm oder sind das gegner im turm drin im turm natürlich im turm entschuldigung ich dachte das wäre klar ne das ist gerade einer bei meiner leiche das ist die zweite etage in der ersten etage habe ich einen gekillt in dem ersten ebene einer von uns muss noch leben ach so er kreift gerade einen auf auf der treppe unten ach so den habe ich gar nicht gesehen wo kommt der denn her wo schießt denn hier jemand wenn man da schießt jemand der unsichtbar ist kann ich mir nur vorstellen also ich weiß nicht von wo der jetzt geschossen aber ich bin völlig blind hat jetzt gerade die luke zugemacht ja das kann unserer gewesen sein ja das ist unsere aber ich kann jetzt gerade nicht sagen von wo ich geschossen von wo ich wieder erschossen wurde die luke vermute ich von unten kann doch nicht wahr sein kann doch nicht wahr sein ich habe keine erste hilfe ja ich hätte gerne munition zu der gun hier ich kriege irgendwie nur das was auf dem boden liegt die leiche sehe ich gar nicht das ist egal wie viel schoss habe ich oh shit peter beladen falsche taste was ist das denn hehehe oh sorry man warte ich äh heil dich bleib mal stehen weißt du das warum hast du denn kein kreuz ach da hast du das kreuz das kreuz gib mir immer noch ein stern an bei dir ja ich kann auch nur ganz langsam gehen so jetzt so jetzt so hier liegt noch ein hart hat er denn für uns noch der hat eine premium waffe ne spmg ist glaube ich keine premium waffe doch doch von mir ist das signet premium echt auch die leiche sehe ich kann ich wieder nicht einsehen aber das ist ja manchmal bisher ich habe gar keine ich habe zu einem magazin drin aber das ist leer ja warte machen wir so krasser meine waffe dann nehme ich die ach nee krass meine auch nicht ne ja was nutzt es mir peter das problem ist ja das problem ist ja keine munition aber ich konnte wenigstens das scope wegnehmen wo oben naja Also vom Bunker 4 her schiesst wer in unsere Richtung, Peter. Der Grosse ist das, oder? Ja. Welche Etage konntest du da sehen? Zu oberst da, beim offenen Fenster. Er steht ganz links. Weil der offene Lücke im Eck drin. Ah, rechts, Junge. Ich hab mich schon wieder getroffen, jetzt hab ich. Äh, der... Unten am Boden bei Bunker 2 laufen zwei Leute. Ach, die kannst du wahrscheinlich nicht... Ja, ich kann nicht rausreden. Einen hab ich. Ja, da ist ein Glitch-User, hundertprozentig. Was? Glitch-User, der im Turm 4 steht. Weil bei mir ist er immer ganz links im Eck drin. Und schiesst da durch die Wand, durch das Eckteil zu offen. Ja, durch das Eckteil kannst du auch schiessen. Eben, aber das ist ein Glitch. Komm, der Turm ist unspektakulär. Ich bin eh gleich tot, also... Eben, öffne unten mal die Lücke und balle mal in dem seine Richtung. Dann steht er direkt am offenen Fenster. Ja? Ja, warte, ich versuch den. Boah, der hat mich verwünscht. Ah, mich hat er jetzt auch... Wir vielleicht doch hinlegen sollen. Ja, Peter. Na ja, egal, war eh zum Scheitern verurteilt. Das sieht aus, natürlich. Wir sind gerade an mir vorbeigefahren. Ich hab's gehört. Ja. Boah, Mann. Ja, dich hätte ich auch reviven können, aber nein, du wolltest ja unbedingt respawnen. Ja. Ich versuch mal zu dir direkt durch da außen, aber... Wo hat's denn... Einmal hier schon. TGR... TRG 21 mit Schalldämpferdicht hier. Kann ich so hoch zielen. Ich bin zu nah dran. Ich bin zu nah dran. Und egal, wo ich hier bei den Häuserecken rum will, überall hat er irgend so ein... ich such den anderen Turm ich finde den was wird jemand den Turm angreifen oder ich ja wohl einen auf Turm 2 gekillt hat es erwischt und keine RPG mehr einer ist tot aber den habe ich nicht durch Stahl erschossen ach weißt du was Kamikaze oder? ich will jetzt den Turm einnehmen oh hier ist ein Zaun ich nehme jetzt Turm 2 ein ganz alleine ach scheiße der ist schon wieder Revived den ich gerade erschossen habe ich habe gehofft die Grundsatzstunde zu nutzen oh er fliegt auch Richtung Turm 2 ich weiß aber nicht ob der Alarm bin einfach mal reingestiegen hoffentlich haben die mich nicht gesehen mach ich kurz und schnell einen Prozess oder? Feuer! 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 die Fresse wenn ihr benötigt die Füße die Füße ach er hat mich erwartet scheiße und dann nachstehen was gekriegt Fickendrecke Und hat jetzt mal ne Navi Ambiente, Lifestyle Aber bei der London Aber der Truck ist eigentlich relativ nützlich Daran kannst du dich nämlich heilen Ja das stimmt Ich brauche den Peter um mich zu heilen Gut dann fahre ich mal los Invoid? Äh ja einen Moment Warte mal noch auf den Peter Ich weiß doch der Peter da war so ein 1a Schütze Echt? Wer sagt das? Ich? Ja du warst doch im Gunner Sitz glaub ich drin Du hast echt gut geschaffen gehabt Ne 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 das hast du mir erzählt Das war irgendeiner vor dir Das kann ich nicht gewesen sein Aber ich könnte ne natürlich war ich das Ne ne ich war das bestimmt nicht Ja du hast auch geschossen das weiß ich mehr Ja aber Nicht erfolgreich Peter bin ich zu schnell Nö ja du bremst ja Du darfst nur noch nicht landen Dafür bist du zu schnell Auf dem Lkw willst du landen Ja gut dann sind wir vereint Wir können uns ja da heilen Vereint im Tode Vereint im Tode Ja ich muss ja trotzdem fragen ob euch das nichts ausmacht Wenn er dann auf irgendwelchen Videos mal erscheint Obwohl ich weiß gar nicht ob ich das muss aber Ich mach's auf jeden Fall Also ich hab da nichts gegen Also ich hab da nichts gegen Also wenn ich kein Schutz Ja aber Wir müssen's zumindest wissen Und sie können von sich aus sagen sie möchten nicht Dann musst du das akzeptieren Ja Also akzeptieren und du drauf hörst du ein anderes Nachbar Ich hab keine Assists gekriegt Assists Assists Gericht Hat jemand jemand getötet? Nein wahrscheinlich jemanden den du irgendwann mal angeschossen hast Du hast bestimmt grad einen Sniper überfahren aus Versehen Hier lagst du im Busch Ja gar nicht gesehen Ey hängst du immer noch hinter mir? Ja der Der verrät eure Position Das ist sehr clever Wieso? Ich bin auf dem Radar tiefer wie sie Ja aber das Geräusch Wir sind so unauffällig Wir sind so unauffällig Wir sind schon wieder auffällig Äh ne so auffällig ist unauffällig Ich hab keine Angst ne Ich hab keine Angst ne Es war zum Glück nur ein Spiel Aber jetzt wird es langsam nicht herausfordernd Weil Rechts raus Jetzt ist er noch getaunt Abschließen Ist das gehört Nach dem Kaufgebiet Licht ausmachen Bremse anziehen Oh scheiße Ich muss noch mehr zurück Was? Ist das eine Waffe im Heli Vergessen? Oder was? Ne die Munition So Im Tower 4 oben sitzt einer drinnen Ja Ja Tower 2 bestimmt auch noch Ah Peter ich glaube ich weiß was du mich vorhin mal fragen wolltest Ob ich jetzt die DLCs habe Ja Echt? Oh von wo? Von wo? Vom Tower Echt? Kann ich mir gar nicht vorstellen Ja Das ist nicht vom Tower Das ist hier irgendwo in der Nähe Ne ne Ich hab euch jetzt zugeschaut wie ihr beschossen wurde Du bist verletzt Ja So einer bist du Du guckst also gern zu Ja solange er nicht anfasst Ja Darf ich eigentlich hier hinterher Peter? Wieso sieht man die Namen nicht mehr? Wow 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 Ja Peter beim Bunker 4 linke Luke Oh da kommt ein Paraglider runter Habe einen Gut Oh dann auch Zweite ist rechts vom Halt Peter Okay Linke Luke Machen wir wieder unser RPG Dings Und zwar Oh ist auch auf Ich fang gerade rum Bin ich zu weit hochziele Oh das war so weit hoch Sehr schön Peter Was? Sehr schön Warst du oder? Sonst ne Hast du Kühl bekommen? Ne ne ich war drüber Sonst schieß ich immer zu tief Jetzt war ich zu hoch Hm? War nur ein Angriff des Ziels Ich dachte du hätt' dich geschossen Es kommt kein Glück Ne meiner ist drüber gegangen Muss ich zugeben Ich bin da so ein guter Schütz Also ich für meinen Teil bezahle dir Warum ist denn da einer explodiert? Schön Nein Mit der RPG So Ich sehe keine Bewegung mehr in Tower 4 Doch ich hab' auf dem Dach grad eingesehen Er hat sich hingelegt Er ist grad runter gegangen Es kommt einer hoch Ist grad hoch geruscht Er ist beim Eingang unten da beim Bunker Was hast du für eine Waffe? Wenn du neben mir schiesst Wackelt mein Visier Ja Das ist eben nach einer alten Karabine Wie sich das gehört im Krieg Wackelt das ganze Haus, wa? Ich treffe auch nichts Das ist noch das nächste Du hast mir glaube ich schon einen Kill voraus Du hast mir glaube ich schon einen Kill voraus Du hast mir glaube ich schon einen Kill voraus So jetzt sind wir zur Flucht hat jemand Ich guck mal in die andere Richtung Wenn man einen Stock tiefer ist Ich treffe nichts Ein Tor runter gelaufen Geht wieder vor uns Ja super Kein Kill Hauptsache ein Riesenfeuerwerk Oh was wert Oh Ich glaub der Sniper hat mich im Visier Oh ich hab den Sniper gezählt Oh Kann das sein dass er einer von Turm 1 schießt? Möglicher ist es Es kam auf jeden Fall hier zwischen den Häusern Es kam auf jeden Fall hier zwischen den Häusern Ich glaube ich hab den Killer getroffen Jive Nein Nero Aber das war sowieso Das war eine Gewehrgranate Oh du liegst aber sehr Oh ich bin auch tot Du liegst sehr ungünstig Warte Warte Der schnappt sich den Nero Und holt mich Warte nein Ich werfe Rauch Ich probier's einfach Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's